Hey Leute, heute mit einem Video zum Thema Einsamkeit und Frust nach der Trennung, beziehungsweise generell in der Persönlichkeitsentwicklung. Dazu habe ich einen Chatverlauf vom Discord-Server, der das sehr gut beschreibt und schon mal erste Ansätze dazu gibt. Und danach werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Es ist manchmal schade, dass nicht jeder an allem teilhaben kann, was auf dem Server an guten Impulsen mitgegeben wird. Daher binde ich das hier mal mit ein und ihr schaut, ob es euch weiterbringt. Also, der Fragesteller schrieb folgendes. Mein Zweck und Glaube an Familie, ewige Bindung, Kinder etc. wurde durch das Schlucken der roten Pille zerstört. Ich habe meine Erfüllung immer von außen abhängig gemacht. Wie werde ich zufrieden? Ergo, welche Haltung brauche ich dazu? Wie finde ich diese? Wie finde ich Selbstliebe? Respekt für mich schaffe ich, aber ich fühle immer noch keine innere Erfüllung für meine Existenz. Du kannst nicht gegen die Gedanken im Kopf arbeiten. Das mit der Dankbarkeit verstehe ich nicht. Wie sollte ich dankbar sein? Für was dankbar? Melanie schrieb daraufhin, ja, so traurig es ist, was du fragst, wofür du dankbar sein solltest. Lass es mich anders fragen. Hast du einen Gehirntumor, Krebs oder eine Krankheit, die dich zum früheren Sterben zwingt? Kannst du gehen ohne Hilfe? Rollstuhl etc. Kannst du sehen, sprechen, hören? Ich könnte weitermachen, hab aber keine Lust. Was ich sagen will ist, werde dir deiner Privilegien endlich bewusst. Und lerne, dass es kein verfickter Weltuntergang ist, wenn dich eine Frau ablehnt. Sorry für die Wortwahl. Wenn ihr eine Leere spürt, dann tut was für andere. Ob für Menschen oder Tiere, die sind meine Favoriten. Das füllt eure Leere. Er wieder, das versuche ich jeden Tag, aber sobald ich wieder alleine bin, beginnt mein Kopf wieder zu rädern. Marty? Fokusshift. Wenn du dich den ganzen Tag nur damit beschäftigst, wie schlecht es dir geht und wie mies alles ist, trainierst du dein Gehirn drauf, dass du gern mehr davon willst. Sieh doch einfach, was du hast. Eine geheizte Wohnung, nen vollen Kühlschrank, ein Smartphone, nen Fernseher. Es ist dasselbe Prinzip, als würdest du dir ein grünes Auto kaufen wollen und siehst erst mal wochenlang nur noch grüne Autos. Dein Fokus liegt in diesem Fall auf grünen Autos und der Entscheidung, vielleicht eins besitzen zu wollen. Er? Ich hab schon versucht, dankbar für die ganzen schönen Erinnerungen zu sein. Ich kann diese inneren Gefühle, Gedanken nicht kontrollieren, auch wenn ich immer wieder von vorne anfange. Meditation, Persönlichkeitsentwicklung usw. bringen mich zwar weiter, aber meine Gefühle kann ich nicht beseitigen. Daraufhin hab ich geschrieben, beseitigen ist halt auch der falsche Ansatz. Du erhöhst deinen Selbstwert und dadurch kann dir dasselbe Gefühl nichts mehr anhaben. Das verschwindet aber nicht einfach. Jedes Mal, wenn es dich frustriert, ziehst du dich selbst wieder zurück. Da ist keine Akzeptanz deiner aktuellen Situation gegenüber. Du willst an einem Punkt weit vor dir starten und das zieht dich immer wieder in die Realität zurück. Es ist okay, dass es gerade so ist und du das noch nicht hinbekommst. Daran hapert's gerade stark bei dir. Er? Am Selbstwert und dem Tun arbeite ich schon seit einem halben Jahr. Ich fühle mich da auch schon sehr weit. Trotzdem scheinen die Gefühle nicht zu verschwinden bzw. abzuschwächen. Was soll ich anstatt dem Rückzug machen? Ja, das Rad ist frustrierend. Werde ich es irgendwann hinbekommen und akzeptieren? Ich kann auch leider nicht mehr verzeihen, was mir angetan wurde und verfalle teils auch wieder in alte Verhaltensmuster, was mich ärgert. Und mein letzter Kommentar an der Stelle dazu war, dieses Ärgern, dieses Ich-müsste-weiter-sein. Wieso ist da noch was, was mich an das von früher erinnert? Das geht nicht einfach mit Blick darauf weg. Auch hier kann man das Loslassen als allgemeinen passiven Prozess sehen. Wenn er ins Augenmerk rückt, dann ist das so. Du versuchst dagegen zu steuern und bist dadurch noch wie durch ein Seil damit verbunden, welches du nicht durchhacken kannst, sondern eher irgendwann loslässt, wenn du gerade nicht daran denkst. Ich schaue mal, dass ich was in diese Richtung mache, also an Videos. Das hier ist es. So viel an der Stelle zur Grundthematik. Ich denke, dass ich in meinen Nachrichten dazu auch schon einiges gesagt habe. Es geht an allererster Stelle mal um Akzeptanz. Das hört sich immer einfach an, beziehungsweise wie so ein, ja, Glückskeks-Spruch. Aber man muss halt auch die tiefere Bedeutung dessen verstehen. Diese Akzeptanz sitzt noch nicht genug. Es zu akzeptieren, wie es ist, ist das eine. Zu akzeptieren, was und wer man gerade ist, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Dieser Frust kommt von innen und ist selbst gemacht. Klar kommt viel davon aus dem Unterbewusstsein und man kann es nicht vollends kontrollieren. Da hatte ich letztens eine, ja, weniger nette Diskussion mit irgendeiner Flachpfeife, die klug geschissen hat, dass man Gedanken nicht kontrollieren kann, beziehungsweise nie weiß, wohin einen die Gedanken führen, wenn man sie nicht zu Ende denkt. Das Problem ist, vieles ist einfach vollständig unnütz, wenn es nach vorne gehen soll. Wie zum Beispiel, was wäre wenn oder Worst-Case-Szenarien, die nichts anderes tun, als einen tiefer in die Problematik reinzubringen. Es ist der falsche Ansatz zu denken, dass die Gefühle einfach so verschwinden. Wir können dieses Emotionale nicht von jetzt auf gleich wegdiskutieren. Und sich darüber aufzuregen, dass es da ist, das gibt ihm nur noch mehr Futter, durch das es sich dann weiter festigen und etablieren kann. Stellt es euch wie einen Kreislauf vor. Das Gefühl kommt, man versucht es wegzuschieben und ist frustriert, dass es da ist. Man lenkt sich ab und entwickelt vielleicht sogar eine Angst davor, dass es wieder kommt. Das manifestiert sich im Unterbewusstsein und bei nächster Gelegenheit oder dem nächsten Trigger kommt es wieder. Der nächste Trigger wird in so einem Fall sein, wenn man wieder alleine ist, da man das Gefühl in genau dieser Situation das letzte Mal weggeschoben hat. Man schafft sich damit seine Trigger selbst und das Gefühl wird jedes Mal stärker. Die Alternative schließt einen Weg ein, in dem man nicht besonders auf das Gefühl eingeht. Es geht mehr um eine Art, anders darüber zu denken, als großartig anders zu handeln. Dieselbe Tat kann teilweise zu positiven oder negativen Dingen führen, je nachdem, was die Intention dahinter ist. Und daher ist es so ein großer Unterschied, Gefühle anzunehmen oder diese innerlich dafür zu hassen, dass sie existieren. In dem Fall verständlicherweise, da sie einen daran erinnern, was man nicht mehr sein will. Und da man dann schon so lange an sich arbeitet, hat man eine ganz andere Erwartungshaltung an sich selbst. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe das Problem auch manchmal und ich denke, dass das für gewöhnlich auch absolut menschlich ist, das zu haben. Nur in dieser Situation ist es natürlich extra frustrierend und der Fokus legt sich immer mehr darauf. Der einzige Weg daraus ist dieser Mindset-Shift, dieses Umdenken, wie man generell mit sich selbst umgeht. Du denkst an der Stelle, du müsstest schon weiter sein. Wer sagt das? Du hättest das gerne, aber was bringt es dir? Du bist an dieser spezifischen Stelle noch nicht weitergekommen. An vielen anderen Ecken auf jeden Fall. Das spürst du und das ist auch gut so. Du hast Ziele erreicht. Du fühlst dich in anderen Situationen besser. Du tust, was du kannst. Das Leben verläuft aber nicht linear. Nur weil du dich in anderen Dingen steigerst, musst du das nicht unbedingt automatisch an diesem Punkt. Ja, wenn ich oberflächlich und grundsätzlich verallgemeinernd davon spreche, dann treffe ich die Aussage, erhöhe deinen Selbstwert, dann wird das besser. Nur sind wir hier wieder bei der Arbeit an den fünf Säulen. Du arbeitest aktiv an deinem Innersten und den anderen Säulen. Du bemerkst dadurch immer mal wieder, wo vielleicht jetzt ein Flaschenhals zu einer noch effektiveren Entwicklung hin zum Positiven für dich ist. Das ist jetzt gerade dein Flaschenhals. Lern zu akzeptieren, wo du an der Stelle stehst, es auszuhalten und dann nach und nach Dinge zu tun, die dich auch hier weiterbringen. Der Frust hält dich gerade zurück und nicht das Gefühl an sich. Was du mit dem Gefühl machen sollst, weißt du schon längst, auch wenn die vollständige Akzeptanz jetzt noch ein bisschen von dem Frust beeinträchtigt wird. Sich selbst so anzunehmen, wie man in dem Moment ist, das ist mit das Schwierigste, was man sich aneignen kann. Und man muss damit auch nicht zur Perfektion kommen, nur ein wenig weiter von dem Standpunkt aus, an dem du gerade stehst. Du kennst deinen Ansatzpunkt. Es gibt keine offizielle Erwartungshaltung an dich. Wenn du diese Verbindung löst, dann machst du einen gewaltigen Sprung nach vorne durch alles, was du bisher erreicht hast und was du dann auch vollends genießen kannst. Das ist etwas, was du lernen kannst, indem du selbstbewusster wirst. Also dir deiner selbst mehr bewusst. Im Hier und Jetzt. Je früher du merkst, dass der Frust einschlägt, umso schneller kannst du versuchen, dich innerlich davon frei zu machen, welche Erwartungshaltung du bis jetzt an den Tag gelegt hast. In dieser einen Sache natürlich. Das sollte momentan deine Priorität sein. Klar arbeitest du da nicht direkt mit Meditation dagegen. Eher indirekt, indem du dir die Fähigkeit aneignest, in dich reinzuhören und eine gewisse innere Ruhe zu entwickeln. Das würde ich auf jeden Fall beibehalten, auch wenn du den direkten Effekt darauf jetzt noch nicht bemerkst. Um all das geht es bei der Säule Innerstes. Problemfelder erkennen und sie auf effektive und emotional intelligente Weise angehen. Sehr häufig hilft das Loslassen des Ganzen. Schau dir vielleicht an der Stelle mal die Grundlagen des Zen-Buddhismus an. Jetzt nicht als Religion verstehen oder so, sondern viel mehr als irgendwas, was du in dein Innerstes integrierst, um mehr bei dir selbst zu sein und nicht an bestimmten, vielleicht unterbewussten Meinungen über dich selber anzuhaften. Weißt du, Biss zu haben und weiterkommen zu wollen, das ist super. Das kann sich von Zeit zu Zeit aber in einen Tunnelblick verwandeln, der einen tatsächlich mehr zurückhalten kann, als dass er einen wirklich weiterbringt. Schau dir da mal den Beitrag Selbstüberschätzung von mir an. Das ist im Grunde dasselbe Thema. Also quasi Angst, sich selbst zu frustrieren, wenn man nicht permanent weiterkommt und immer mehr, mehr, mehr erreicht. Stattdessen ist es wichtig, seine Grundlage wirklich von Grund auf aufzubauen und diese dann auch zu halten. Daher auch die Was-Brauche-Ich-Ziele in den fünf Säulen vor den Was-Will-Ich-Zielen. Niemandem ist geholfen, wenn Frust über sich selbst wie so'n Damoklesschwert über jeder neuen Errungenschaft und jedem erreichten Ziel schwebt. Fragen hierzu gerne in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.